Sind wir alleine auf dieser Erde? Oder wird unser Planet noch von weiteren Spezies bewohnt, die eingewandert sind oder in Dimensionen leben, die sich der gewöhnlichen Wahrnehmung der Welt entziehen? Das sind spannende Fragen, denen wir in diesem Video jetzt genauer auf den Grund gehen. Fakt ist, dass in der Menschheitsgeschichte immer wieder sonderbare Lebewesen aufgetaucht sind, für die es keinerlei rationale Erklärung gab. Und trotzdem kann ihre Existenz nicht immer geleugnet werden. Fünf solcher Individuen mit extraterrestrischer oder ungeklärter Herkunft stellen wir dir jetzt vor. Valiant Thor war ein Mann, der 1957 in den USA auftauchte. Er gab an, im Namen der Galaktischen Konföderation auf die Erde geschickt worden zu sein, um die mächtigsten dieser Welt zu einem Umdenken zu bewegen. Genau genommen waren das der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower und seine obersten Militärführer. Valiant Thor nutzte seit seiner Ankunft am 16. März 1957 in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia erstaunliche mentale Fähigkeiten, um Polizisten und Wachpersonal so zu beeinflussen, dass er Sicherheitsvorkehrungen problemlos überwinden und bis zu den höchsten Militärführern vordringen konnte. Alleine aufgrund dieser erstaunlichen Fähigkeit zur Gedankenkontrolle soll man Valiant Thor im Pentagon zunächst sehr ernst genommen haben. Der ungewöhnliche Mann sprach über drei Jahre hinweg mit Militär, dem Präsidenten und anderen einflussreichen Menschen. Er soll die Politiker unter anderem vor der Atomtechnik und der voranschreitenden Umweltzerstörung gewarnt haben. Er bot der Erde Hilfe in Form von fortgeschrittenen Technologien, nur hätten die Regierungen dafür mit seiner Konföderation kooperieren müssen. Valiant Thor wusste Einzelheiten der Atomtechnik, er kannte den exakten Aufbau der Atombombe und nannte den Einsatz solcher Waffen töricht. Er versprach den USA ein einfaches Heilmittel gegen die meisten Krankheiten und Missbildungen. Als Ursache für diese Probleme nannte er eine falsche Nutzung unserer mentalen Fähigkeiten. Als der Mann, der angeblich von der Venus stammte, auch noch freie Energie für alle Menschen anbot, soll es insbesondere den Lobbyisten aus der Politik gereicht haben. Keiner interessierte sich in den kapitalistischen USA dafür, menschenfreie Energie zur Verfügung zu stellen und mit einem Allheilmittel wäre die in den 1950er Jahren geradezu aufblühende Pharmaindustrie schnell zunichte gemacht gewesen. Nach mehreren Monaten bildete sich eine Front gegen den Fremden, der über drei Jahre hinweg in einer Wohnung im Pentagon gewohnt haben soll. Man warf Valiant Thor Spionage vor und unterstellte ihm, den Menschen nur ihre hochentwickelte Waffentechnologie stehlen zu wollen. Schlimmstenfalls würde er dieses Wissen tatsächlich an fremde Zivilisationen weitergeben und diese könnten die Erde dann überfallen. Valiant Thor bot den Machthabern zuletzt an, sie mit in seine Heimat zu nehmen, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Als der Mann einen Flug zur Venus vorschlug, wurde er verspottet. Die Venus ist in unserer Zeit und Realität ein Planet mit einer gänzlich unwirtlichen Oberfläche. Heiße und ätzende Gase würden einen Organismus sofort töten. Doch Valiant Thor sagte, er komme aus einer grünen Welt, ähnlich der Erde, mit einer Atmosphäre, reichem Leben und Wasser. Valiants Gegner sollen diese Behauptungen erneut genutzt haben, um Befürworter seiner Angebote und Theorien gegen ihn aufzuhetzen. All dies wurde von einem Zeitzeugen in einem Buch festgehalten und später unter dem Titel The Stranger in the Pentagon veröffentlicht. Das Buch wurde von öffentlicher Seite zunächst als Hoax und Fantasie-Gespinst dargestellt. Doch dann machten sich in den späten 1960er Jahren einige Ufologen und Alienforscher auf die Suche nach Beweisen und fanden einen Mann namens Phil Schneider. Dessen Vater hatte im Pentagon gearbeitet und seinem Sohn Geschichten von dem Mann von der Venus erzählt. Phil Schneiders Vater hatte sogar eine Fotografie, auf der der wie ein ganz normaler Mensch aussehende Valiant Thor zu sehen ist. Kurz nachdem Phil Schneider noch mehr Beweise an die UFO-Forscher übergeben wollte, war der Zeuge nicht mehr auffindbar. Er soll unter mysteriösen Umständen verschwunden oder ermordet worden sein. Viele Jahre später fanden Forscher heraus, dass unser Nachbarplanet, die Venus, nicht immer ein so unwirtlicher Planet wie heute gewesen ist. Die Venus und der Mars waren einst von Wasser bedeckt, hatten eine Atmosphäre und sehr wahrscheinlich gab es auch Formen von organischem Leben. Das alles ist viele Millionen Jahre her und die Spuren damaliger Zivilisationen können ähnlich wie auf der Erde tief im Erdboden schlummern. Es wäre also durchaus denkbar, dass Valiant Thor nicht nur von einem anderen Planeten, sondern auch aus einer anderen Zeit oder Dimension zu uns gereist ist. Ebenso ist es denkbar, dass die Menschen einst von der Venus oder vom Mars auf die Erde gekommen sind, was erklären würde, warum Valiant Thor wie ein ganz normaler Mensch ausgesehen hat. Der Botschafter von der Venus ist nach seinen gescheiterten Verhandlungen mit den Erdlingen Ende der 1950er Jahre wieder verschwunden. Der Mann aus Taurid. Dass Besucher aus anderen Dimensionen und Zeiten nicht unbedingt von einem fremden Planeten stammen müssen, zeigt die Geschichte des Mannes, der im Juli 1954 am Flughafen von Tokio auftauchte. Der Mann sah zunächst ganz normal aus, fiel bei der Einreise aber durch seinen ungewöhnlichen Pass auf. Demzufolge stammte der Mann aus einem Land namens Taurid, das zwischen Frankreich und Spanien liegt. Der Pass des Mannes zeigte zudem, dass er bereits mehrmals nach Japan eingereist war. Außerdem hatte der französisch sprechende Mann mehrere Währungen bei sich. Die Einwanderungsstelle hatte noch niemals zuvor von einem Land namens Taurid gehört und ließ den Fremden zunächst festsetzen. In den kommenden Stunden stellten die japanischen Behörden Nachforschungen an und befragten den Mann mehrfach zu seiner Herkunft. Er blieb dabei, aus Taurid zu stammen, das seinen Beschreibungen zufolge mit dem Stadtstaat Andorra identisch war. Die Firma, zu der er in Tokio reisen wollte, existierte ebenso wie das Hotel, in dem der fremde Reisende angeblich ein Zimmer gebucht hatte. Trotzdem kannte man den Mann im Hotel nicht. Es lag auch keine Buchung vor. Der Fremde bekam Zimmerarrest und ein Polizist wurde vor der Zimmertür platziert. Als die Einwanderungsbehörde einige Stunden später zu dem Mann wollte, war der spurlos aus seinem Zimmer verschwunden. Paul Amadeus Dienach Kurz nach dem Ersten Weltkrieg tauchte in Griechenland ein Mann auf, der angeblich im Jahr 1884 in Zürich geboren wurde. Er reiste in den Süden, um sich von der Nervenkrankheit Encephalitis lethargica, auch bekannt als die Schlafkrankheit, zu erholen. Während seiner Zeit in Griechenland arbeitete Dienach als Deutschlehrer. Durch diesen Job kam er in Kontakt mit dem Griechen Georgios Papachatzis. Dem gab Dienach mehrere deutsche Texte als Übersetzungsübung. Darunter soll sich ein Tagebuch befunden haben, in dem Dienach seine Erlebnisse im Koma schilderte. Während des Komas erwachte August Dienach in einer anderen Zeit. Plötzlich steckte er im Körper eines Mannes, der Andreas Northam hieß und aus dem Jahr 3906 stammte. Papachatzis übersetzte rund 800 Seiten, während Dienach für einige Monate in seine alte Heimat gereist war. Dienach kehrte jedoch niemals nach Griechenland zurück und Papachatzis konnte ihn auch nicht ausfindig machen. Offenbar hatte es in der Schweiz niemals einen Mann mit dem Namen gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichte der Grieche das Tagebuch, das Beschreibungen von einer kommenden Umweltkatastrophe, den Problemen des Konsumverhaltens und von der Medizin der Zukunft berichtet. Dienach soll als Andreas Northam von der Besiedlung des Mars erfahren haben, die jedoch kläglich scheiterte und alle Mars-Kolonisten das Leben kostete. Im Jahr 3906 wird sich die Menschheit mehrfach fast selbst vernichtet haben. Dennoch überlebten besondere Menschen immer wieder Kriege, Seuchen und andere Katastrophen. Bis sich schließlich irgendwo aus einer spirituellen Gemeinschaft auf dem heutigen Balkan eine Menschenrasse herausbildete, die gelernt hat, ihre Emotionen zu kontrollieren und zum höchsten Wohle aller in Einklang zu leben. Ob diese Berichte wahr sind und wer Paul Amadeus Dienach wirklich war, konnte nie geklärt werden. Vermutlich stammte der Mann aus Süddeutschland und gab sich nur als Schweizer aus, weil die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg international nicht gerne gesehen waren. Dennoch konnte er oder seine Nachfahren nie gefunden werden. Die grünen Kinder von Woolpit Im 12. Jahrhundert tauchten nahe dem englischen Dorf Woolpit zwei Kinder in einer mehreren Meter tiefen Grube auf, die eigentlich der Abschreckung von Wölfen diente. Das Mädchen und der Junge sprachen eine unbekannte Sprache und trugen sonderbare Kleidung. Die Kinder erklärten, aus einem Land namens St. Martin zu stammen. In ihrem Land gab es keine Sonne, nur ewiges Dämmerlicht. Sie erklärten weiter, grüne Haut sei in St. Martin normal. Zum Erstaunen des Landadligen, bei dem die Kinder untergekommen waren, kannten die Kinder Jesus und Kirchen, jedoch nicht die Sitte der Taufe. In die Wolfsgrube waren sie gelangt, nachdem sie in ihrer Welt beim Viehhirten neugierig in eine Höhle gelaufen seien. Auf der anderen Seite fanden sie sich in der Wolfsgrube wieder und der Weg zurück war plötzlich nicht mehr da. Der Legende nach starb der Junge kurze Zeit später, weil er sich nicht an das Essen in unserer Welt gewöhnen konnte. Das Mädchen dagegen passte sich an und heiratete später angeblich sogar einen Angehörigen des englischen Königshofes. Seltsame Kreatur Dass sich offenbar noch ganz andere Wesen unter uns bewegen, zeigt dieses Video der US-Amerikanerin Vivian Gomez. Die hatte im Jahr 2019 aufgrund mehrerer Autodiebstähle in der Nachbarschaft eine Überwachungskamera installiert und sah sich die Aufnahmen jeden Tag an. Dabei sah sie eines morgens diese sonderbare Kreatur daher watscheln. Eindeutig nicht menschlich, bleich und mit befremdlichem Ausdruck ist das Wesen für eine halbe Minute zu sehen. Das sonderbare Geschöpf erinnert etwas an Dobby, den Hauselfen aus Harry Potter. Ansonsten ist diese Aufnahme bisher einzigartig auf dieser Welt. Natürlich warf man Vivian Gomez schnell die Fälschung des Videos vor. Doch Experten aus der Filmbranche bestätigten, dass es einer großen Summe Geld und einer sehr guten technischen Ausrüstung sowie Erfahrung bedürfe, um eine solche Videosequenz zu programmieren. Vivian Gomez dagegen ist eine einfache Hausfrau und bestätigte mehrfach die Echtheit des Videos. Jetzt ist es dir überlassen, dir eine Meinung über diese fünf Individuen und deren ungewöhnliche Geschichten zu bilden. Glaubst du, dass alle diese Erscheinungen von Menschen aus anderen Welten oder befremdlichen Wesen eine gemeinsame Sprache sprechen und Hinweise für die Existenz uns bisher unbekannter Dimensionen und Zeiten sind? Oder glaubst du an Fälschungen, Hoaxe und Wichtigtuerei? Lass es uns wissen und teil deine Meinung zum Thema mit uns unten in den Kommentaren. Wir sind gespannt!